Hallöchen und willkommen zurück zur dritten Folge von Outlast Whistleblower. Und bis jetzt haben wir ordentlich die Whistle geblowt. In dem Spiel, was alle Horror-Szenen wahrscheinlich in einem kleinen Stück zusammenfasst. Da es ja nur ein DS hier ist. Gut, wir klettern mal hier nach oben. Und da kommt einer von oben nach unten. Dann komme ich hier hoch. Magst du eventuell mal da hochklettern? Ja. Bitteschön. So, und wie ich mein Glück kenne, liegen hier oben 27 Batterien. Nicht. Aber hier geht es weiter nach oben. Ich weiß gar nicht, ob ich hier schon hoch soll. Denn ich habe mich unten ja noch nicht mal wirklich umgesehen. Will ich das? Ich gucke mal. Nichts ist schlimmer als irgendwas zu vergessen. Batterien zum Beispiel. So, hier haben wir die Kirche. Hat denn der Pastor neben der Akt hier noch eine Batterie hinterlassen irgendwo? Ich denke nicht. Dann nehmen wir uns mal die Akte. Ich drücke N für... Nicht für Notizen, sondern J für Journal. Und wir haben Auszug einer Aufnahme von Dr. Bruce Newhouse. Angestellt in Mount Massive Hospital 1958 bis 1965. Pfarrer Clark. Es liegt mir fern, ein Mann Gottes zu belügen. Also lassen Sie mich sagen. Also lassen Sie mich sagen, dass ich mein Bestes tun werde, um die Sicherheit Ihrer Arbeitsumstände zu verbessern. Ich und der Rest der Angestellten wissen all die Dinge, die Sie für uns tun, wirklich zu schätzen. Und sollten Sie sich von jemand Bestimmten bedroht fühlen, lassen Sie es uns bitte wissen. Wir können dann entweder die chemische Fixierung verstärken, eine Lobotomie durchführen oder eine ähnliche beruhigende Prozedur. Bitte unterschätzen Sie den Wert Ihrer Messen für unsere Patienten nicht. Unsere Patienten benötigen die Kraft und den Halt von Gott und Familie. Vor allem, wenn man die Tiefe und die notwendigerweise chaotische Natur der Hypotherapie betrachtet. Nicht alle unsere armen Schäfchen haben eine Familie, an die Sie sich wenden können. Und somit fällt diese Last und diese Berufung auf Sie. Wir alle bauen auf Ihren Glauben und Ihre harte Arbeit. Diktiert, aber nicht gelesen. Dr. Newhouse, DR, 20. Mai 1961. Der Pfarrer. Der Pfarrer, der keine Batterien hinter seinem Pult hat. So, und Exit ist garantiert nicht Exit, denn die Tür ist zu. Ich dachte mal, so eine Exit-Schilder wären auch so eine Notausgangsschilder. Und schön, dass die verschlossen sind. So, was erwartet uns hinter dieser Türe? Ein dunkler Raum. Ein sehr dunkler Raum. Ein sehr dunkler Raum ohne Batterien. Es nervt. So, von hier bin ich von hier gekommen. Wow. Das war ein wenig heiß. Ah ja, guck mal. Von da bin ich gekommen. Die Tür ist hoffentlich nicht benutzbar. Sehr schön. Gut. Gibt es hier eventuell das ein oder andere Batteriechen? Das gibt es doch nicht. Wie kann man denn als Entwickler so geizig sein? Gut. Dann bleibt uns nichts anderes über, als nach oben zu gehen. Kriege ich das hier zugedreht eventuell? Nein. Über den Stuhl komme ich auch nicht gesprungen. Also renne ich durch, dass mich der heiße Dampf nicht verbrennt. So. Keine Batterien, das gibt es doch nicht. Okay, dann ab nach oben. Hast du eine Batterie bei? Nö. So. Na. Was macht denn der da? Na. Wo geht es denn hier weiter? Ach, hier. Schleichen an den Wänden entlang. Ich hoffe nicht abzustürzen. Ah, das sind Schornsteine. Das war gerade der Wallrider. Gehst du weg? Ich dachte ja, es ist ein Glockenturm oder irgendwie sowas. Bei Kirche und Turm. So, da geht es hier noch eine Batterie. Gibt es hier noch eine Batterie? Eventuell? Natürlich nicht. Gut. Gut, dann krauche ich mal durch den engen Lüftungsschacht in mein nächstes Verderben. Wir bekommen wieder einen Speicherpunkt. Wir bekommen wieder einen Speicherpunkt. Und es ist dunkel, so dunkel. Spinte zum eventuellen Verstecken. Wir haben noch drei Batterien über. Ich dachte, da liegt ein Bein. So, da ist es hell. Da ist es dunkel. Das Helle könnte eine Falle sein. Das Dunkle hoffentlich nicht. Deswegen gehe ich zuerst ins Dunkle. Und was finden wir dann dort unten auf dem Boden? Eine Batterie. Yay. Wir haben vier. Ein toter Wachmann. Kopf hat er noch. Ein Funkgerät, was wir nicht brauchen. So, dann gehe ich mal... ...ins Helle rüber. Jetzt habe ich mich verrannt. So, da. Das war keine Batterie. So, ich spare mir die Batterien auf, so lange wie es geht. Oh nein. Nicht du schon wieder. Aber wenigstens kündigt er sich an mit seinem komischen Sägengeräusch. Mit seiner Akkusäge von Bosch. Ich gehe mal in diesen hellen Raum rein. Und gehe unter den Tisch und werde da warten, bis das Spiel vorbei ist. Ich lade mal nach. Und traue mich mal nach draußen. Flüchtende Bevölkerung. Ein Rollstuhl. Jede Menge Müll. Bild. Oh Mann. Oh Mann. Das scheint eine Art Bibliothek zu sein. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Leck mich. Ich möchte nicht dein sein. Ich weiß auch nicht wohin. Das ist scheiße. Schön ausgetrickst. Komm schon, komm schon. Wo geht's denn hier lang? Ich habe keine Ahnung. Ah. So, kommt er da durch? Anscheinend nicht. Alter. Da bin ich ja gerade ein bisschen erstaunt. Er speichert. Dass ich auf Anhieb den Weg gefunden habe. Und hier haben wir ein Bild von unserem Pastor. Der uns im ersten Teil so wunderbar geholfen hat. Und dem er sämtliche Türen hinter uns verschlossen hat. Oder vor uns verschlossen hat. Damit wir durchs ganze Gebäude latschen müssen. Aber wir sind ja nicht nachtragend. Mal gucken, ob er uns in diesem Spiel ja auch hilft. Nein, da liegt eine Batterie. Och Mann. Gut, dann gehe ich mal durch diese Tür. Ich luke mal durch die Scheibe. Da komme ich nicht durch. Hier komme ich nirgends durch. Hier ist eine Öffnung. Ich versuche mal flink zur Batterie zu kommen. Indem ich flink die Shift-Taste dabei drücke. Und da liegt die Batterie. Heb auf. Heb auf. Heb auf. Sehr schön. So, ich glaube, ich sacke schon wieder zusammen im Stuhl. Okay. Wir folgen der... Wir folgen der... Wenn ich wüsste, wie würde ich... Dreh das Gas ab, um Zugang zur Luftschlose zu bekommen. Gut, ich wollte sagen, wir folgen der vertrauenswürdigen Blutspur. Um irgendwo das Gas abzustellen, wo ich nicht weiß, wo. Aber das Spiel ist bestimmt so nett und wird uns da wieder mit unserem Metzgertypen, mit der Bosch Akkusäge... Dorthin treiben. Und man hört ihn schon durch sämtliche Türen brechen? Ach, wie schön. Der hat wohl zu lange Outlast gespielt. Gut, ich pushe mich mal unterm Tresen durch. Ich gucke, was da so vertrauenswürdig blinkt. E-237. Keine Batterie. Komm doch rein! Wieder was zum Springen. Ich könnte wetten, dass unser lustiger Freund hier gleich wieder auftaucht. So, ich fange mal von hier hinten an. In der Hoffnung, hier noch ein kleines Batteriechen zu finden. Aber es gibt nur einen Lüftungsschacht, den ich jetzt noch nicht benutzen möchte. Wir sind barfuß. Auch schön. Ah, guck mal. E-227 war das, glaube ich. Batterie, Batterie, Batterie. Ja, super. Das Ding ist schon wieder fast alle. Okay, das ist die Tür, wo er gegen klopft. Ich gehe mal hier rechts weiter. Und da hinten ist dieses blinkende Zimmer. Da ist noch ein offener Lüftungsschacht. Den wir noch nicht betreten werden. Oh, nein. Aber jetzt betreten werden? So, wo, 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 wo? Komm schon. Hörbar! Okay, hier sind wir erstmal sicher. Bis zum nächsten Raum. Okay, ich lade mal nach. Was? Wer warntet? Egal. Auf jeden Fall nicht ein sehr netter Typ. Ich verstehe mich. Okay. Da hat's geklopft. Also gehe ich mal dort. Raus. Da ist ein Spalt. Der Vollständigkeit mache ich trotzdem mal die Tür noch auf. Gut. Die bleibt zu. Irgendwie hängt meine Maus ständig. Deswegen Entschuldigung für die gelegentlichen Ruckler. So. Wo sind wir denn hier? Ich weiß gar nicht, wo wir hingehen. Aber es ist ruhig hier. Zu ruhig. Okay. Alter, mein Schatten. Die Tür ist zu. Die Tür ist offen. Hier ist es sogar mal ein bisschen hell drin. Aber immer noch keine Batterien. Was? Warum? Ah! Danke! Gut. Vier Batterien. Ich guck mal, wo es da weitergeht. Was sind wir denn hier? Sieht aus wie ein Labor. Könnte aber auch eine Küche sein. So, und hier sieht's... Ich möchte nur das Gas ausschalten. Was ich, denke ich, mal hoffentlich hier irgendwo erledigen kann. Oder auch nicht. So, hier benötigen wir dir immer noch ein Passwort. Okay. Gasroom. Können wir im Gasroom das Gas ausschalten? Das wage ich zu bezweifeln, wenn ich ehrlich bin. Speichert. Wallrider Project. Ich packe mal die Kamera weg. Dann haben wir eine etwas bessere Sicht. Och, mich du schon wieder. Ja. Also langsam. Langsam wird's eintönig. Wie kann es sein, dass der ständig vor uns ist? Oh, oh. Jingle Bells. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinrenne. Aber offensichtlich ist das falsch. Oder auch nicht. So. Super. Und Sim mit einem vollgekackten Bett. Naja. Bekanntlich finde ich ja die Wege am besten, wenn er mich jagt. Also versuche ich es mal auf den Wege da hinten liefer wieder. Ich muss irgendwo das Gas abschalten. So, Tür zu. Oh. 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 Oh nein. Security ist zu. Und wir sitzen in der Falle. Lass mich durch. Oh. Den, 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 den. Ich weiß nicht, wohin. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier hinrennen muss. Und schon gar nicht mit dieser Matsch-Sicht. Ich renne jetzt so lange im Kreis, bis er irgendwann müde wird. Wovon ich nicht ausgehe. Alter. Das ist doch scheiße. Ich füttere dich nicht. Oh. Komm, geh weg. Geh weg. Geh weg. Das war sowas. Von klar. Aber, was soll ich sagen, die Zeit ist um. Deswegen werde ich diesen Part jetzt hier beenden und freue mich schon riesig auf den Nächsten. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.